Viele Firmen sind unzureichend geschützt gegen Cyberangriff. In unserem Fall war der Kunde sehr gut geschützt, hat aber wie überall die grösste Schwachstelle, nämlich der Mensch, der Fehler macht und wie schnell ist es passiert, dass man auf einen falschen Link klickt, den man nicht hat, oder einen Dateianhang aufmacht in einem Mail und dann hat man das Theater, dann ist es schon passiert. Am Morgen, als ich ins Büro kam, hat mich ein Mitarbeiter angerufen, er hat recht besorgt am Telefon getönt und hat mir dann gesagt, dass er einen Plan für einen Kunden, den man unbedingt bearbeiten sollte, nicht auftun kann, dass sie gesperrt sind. Ich habe mich dann selber an meinem PC vergewissert, ob das wirklich so ist. Auch da war die Datei gesperrt. Wir sind nicht auftun und so bin ich davon gegangen, dass wir von einem Cyberangriff, Hackerangriff erwischt worden sind. Kurz daraufhin habe ich dann Paloas für die Versicherung angerufen, weil wir dort vor ein paar Jahren eine Cyberversicherung abgeschlossen haben. Als der Kunde den Angriff geschildert hat, haben wir gerade gewusst, dass es sich um einen Ransomwareangriff handelt. Bei so einem Angriff werden Daten beim Kunden verschlüsselt und unzugänglich gemacht. Dann wird normalerweise ein Lösegeld gefordert. So könnte man einen Code erhalten, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Wir haben dann zusammen mit unserem Partner Wislings erste Gegenmassnahmen ergriffen und den Gesamtschaden zusammengestellt. Durch den Cyberangriff haben wir mehrere Tage, das heisst bis zu 14 Tage, Betriebsunterbruch gehabt, wo unsere Leute nicht arbeiten konnten. Wir haben zum Glück noch physische Baupläne gehabt, wo wir einen gewissen Teil weiterarbeiten konnten. Aber nach rund drei bis vier Stunden habe ich 80% meiner Mitarbeiter hinzuschicken, weil ganz jeder von IT einfach nicht mehr funktioniert hat. Die Wiederherstellung der Daten war sehr aufwendig. Wir sind aber froh, dass wir dem Kunden helfen konnten. Durch unseren 24-7-Service haben wir die Möglichkeit gehabt, auch früh am Morgen die ersten Massnahmen mit dem Kunden zu ergreifen. Wir waren total überrascht von diesem Cyberangriff. Ich habe nie gedacht, dass unser Unternehmen ein interessantes Ziel ist für die Hacker. Ich war umso glücklicher, dass wir eine Versicherung bei der Basler-Versicherung abgeschlossen haben, die uns in der ganzen Datenwiederherstellung unterstützt hat, wie auch den Betriebsunterbruch, den sie uns bezahlt haben.